ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play 4 machen wir weiter mit dem nächsten aus schweden oder reisen jetzt von wels zur schweden zum zweiten mal ja will zwar nicht so unser aber ich viel eigentlich für mist abgeliefert muss man so sagen gut der erste teil mit 4,59 kilometer und ich denke wir machen heute drei teile daraus gucken wir mal einfach aus diesem teil hier aber das bietet sich am besten an drei relativ kurze folgen dass wir dann halt quasi dann in der nächsten woche mit dem neuen teil beginnen können dann haben wir den historischen europapokal abgearbeitet aber jetzt der auftakt aus schweden aus wärmland wir sind zurück hier im schnee wir haben wieder einige team ziele auf jeden fall mit 80 kunden weniger angezahmelt der strafzeit das hat man quasi nach dem ersten event durch fahrzeuge schießt jetzt mit weniger als vier fahrzeuge aber auch das haben wir verkackt genauso wie die sauberen werthausprüfung die 16 mal die zwischenzeit überwendet haben wir geschafft die genauso wie zwei werthausprüfungen gewinnen und erst den dritten platz zwischen knacken aber auch wieder so wie gesagt das war untere hälfte das ja wie immer sei wir müssen zum 1 wo ich würde das war zu servisbereich ja bitte ich brauche keine keine testfahrt wir arbeiten uns wissen so rein und gehen auf die rennschrecke ok viel glück da draussen ja danke in links 5 überwärten in rechts 6 durchsenken 60 rechts 4 überpuppe links 2 macht auf durchsenke kuppe senke rechts 4 überpuppe ich müsste jetzt dreimal gewonnen haben das heißt 75 punkten müssen noch von unserem haben ich glaube wir könnten es heute erlauben nicht gut so abzuschneiden diese woche rechts 5 rechts 5 rechts 5 rechts 5 rechts 5 rechts 5 rechts 6 rechts 5 rechts 5 wenn auch mal klappen eine sekunde vorstelle links aber vor kurz vorstelle beteiligen wie ich halt über 60 warum merkt er grad was ja für den schummer auf einmal richtig 60 da haben nämlich im mutan rückstand rechts links links rechts Wir haben gerade ein Trophäe kastiert, aber das hat es gerade uninteressant, dass wir jetzt mal gucken, was das gerade war, weil ich aber auch screen. Aber wir werden nicht unterdrucken, wir müssen... Wir sind wieder knapp vorne, oder? Ja. So. So. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. So. 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 Langsam ist keine Option für mich. Da haben wir jetzt schon eingeschneit, die Kollegen da an der Seitenlinie. In links 3, überwenden, rechts 4, überwenden, links 5, rechts 5, links halten, überwenden, links 6, durchsäcken, in Kuppel, gleich Sprung, 60, rechts 4, in links 4, durchsäcken, Achtung, rechts 3, durchsäcken, rechts 4, überwenden, in links 5, durchsäcken, und Achtung, rechts 4, rechts halten, überwenden, Sprung. Links 3, durchsäcken, links halten, überwenden, Sprung, in rechts 4, durchsäcken, in links 4, rechts 4, links 3, landen, überwenden, in Kuppel, sprung, 60, überwenden, Bisschen aufpassen am besten, weil ich da so weit wie die Schneewehen gehen. Ich muss sie jetzt rechts abpicken. Ein toller Vorspiel, 22,3 Sekunden. In links, 3, über den. Rechts, 4, über den. 60, rechts, 4, über Kuppe. Links, 2, bacht auf, durchsäcke. Kuppe, senke. Rechts, 4, über Kuppe. Rechts, 5, in. Links, 3, durchsäcke. 60, rechts, 4, über Kuppe. Mal gucken, was jetzt heute. Es sieht aber zumindest ein bisschen bessere Fahrt aus, als noch in Wales. Letzter Abstand, liebe Leute, geht es jetzt gleich. Rechts, 6, 60. Bälle, links, 5, 60. Rechts, 3, durchsäcke. In links, 5. Links, 6, durchsäcke. In rechts, 5, über Bälle. In links, 6. Links, 3, durchsäcke. Links, halt, über Kuppe. Sprung. In rechts, 4. Durchsäcke. In links, 4. Bis Ziel. So, bis Ziel. Und dann haben wir das soweit auch gepackt. Langsam zum Marsch. Am Ende alles souverän. Durchgezogen. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. So. Gut. ich will die karte 9 15 19 4 machen trotzdem zwei parten wir fahren das an der linken noch wenn ich ehrlich will machen es zwei immer zwei parten dann machen wir morgen am donnerstag halt etwas anderes fangen wir heute mit neuem an und alles um und rein ist halt einfach so das ist uns zu kurz wenn jetzt hatte ich nur 9 zu 8 kilometer dinge gewesen hätten was so gemacht aber so machen wir jetzt einfach mal ein bisschen der nächste part gehen wir jetzt auch hin mit 4,48 kilometer ist nämlich kurz deswegen das werden die paar einfach keine ahnung unter zehn minuten und so wenig würde ich auch nicht haben eine saubere rettung haben wir schon mal abgearbeitet wunderbar momentan sieht es auch sehr gut aus aber noch eine saubere wert ist bevor und 4 laut dem marschell sollte das ein reibungsloses rennen werden einfach konzentriert na gut wenn wir so gut 5,4,3,2,1 los in links in links überwählen 60 links 6 durchsäcke in rechts 5 überwählen in links 6 rechts 4 in links 4 durchsäcke Baustelle außen. Achtung, rechts 3, durchsenke, 150. Achtung, langsam, Kuppe, Sprung in rechts, 4, lang, übermelden. Kuppe links, 4, 60. Links, 6, durchsenke, in rechts, 5, übermelden. In links, 6. Links, 4, in rechts, 2, lang, übermelden. Kuppe links, 3, durchsenke, Kuppe. Rechts, 3, durchsenke, links, 5, rechts, 5, links, halb, über Kuppe, links, 6, durchsenke, in Kuppe, gleich, Sprung, 60, links, 6, Wende, Kuppe, rechts, 5, lang, übermelden. In links, 6, übermelden, 60, rechts, 6, übermelden. In links, 5, lang, übermelden. Kuppe, Wende, rechts, 6, 130, links, 3, 80. Links, 5, 60. Rechts, 5, in links, 4, durchsenke, 60, rechts, 5, links, durchsenke, 60, rechts, 5, links, 6, durchsenke, in rechts, 5, übermelden. Also müssen wir wieder ein bisschen steigern, damit wir hier wieder ein bisschen rausholen können. Rechts, 4, übermelden, 150, Achtung, langsam, Kuppe, Sprung, in rechts, 4, lang, übermelden. Kuppe links, 4, 60. Rechts, 6. Links, 6. Senke, 80, Kuppe, rechts, 6, rechts, 6, rechts, 6, in links, 5, übermelden. In rechts, 6, durchsenke, links, 6, Kuppe, 80, senke, rechts, 6, links, 6, links, 6, übermelden. Rechts, 5, lang, 80, übermelden. Links, 6. Überkreuze, in rechts, 5, in links, 6, dann, 150, bis Ziel. So. Langsam zum Beispiel. Hier war es mal geworden. Guck mal, 6 Sekunden, aber wir haben es geschafft. Ich hoffe, dass wir die trotzdem sauber gekriegt haben, weil es wäre schön, wenn wir schon nach 3, wenn es das Ding sauber hätten. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Ja, glaube ich, viele Fehler waren nicht drin. Wir waren zwar zwischendurch noch ein bisschen langsamer, aber wir haben es trotzdem sauber angehängt. So, die beiden 3 großen Dinger hier, die machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Auf jeden Fall bei Let's Play Dirt 4. Tschüss, bis morgen.